okay so dann lade ich dich ein direkt und das ist auch um der ecke wird das ungefähr dieselbe mission naja was heißt dieselbe quatsch ähnlich wie die casino mission die erste also auch bei diesem komischen hotel ist bordell diese verfallene ding hier gleich um der ecke okay du die paar meter kann man da so ja hinfahren natürlich natürlich kommen wir retten jetzt an alle halte durch die hälte gute moppel mal ach so jetzt sollte ich auch was gemeint genau das war diesmal da sind noch ein paar oben ja okay der hat seinen kopfschuss genau karabiner mk2 dem kann man auch mal eine chance geben aber pass auf ja ja okay der hat was gekriegt wo steht das außen diese kappe muss man von hinten auch an da kommt schon an die rand doch baby das war ja jetzt das war ja jetzt richtig gut das sind alle na der der blaue kringel da ist anna ja und sei mal vorsichtig dass die lady nicht drauf geht von irgendwo krieg gerade in hit ja und von der straße kann man das ist hier muss noch irgendwo einer seiner der hier hinten genau hinter uns sind auch noch welche äh was ist denn hier wow ach der ist denn ok komm hoch ja den hab ich oh shit hab ich grad gut getroffen ja ja da sind ein paar leute unterwegs da müssen wir ein bisschen aufpassen hinten kommt oha muss man die werden alle erleben ähm um punkte zu sammeln würde ich es empfehlen ach so ja dann ok da habe ich einen erwischt ah hier sind überall noch welche er will killen ja was er will killen das stimmt er erzählt i kill you ok scheiße was ist alles gut bei dir so halbwegs ok den habe ich den auch hier hinten steht irgendwo noch einer hinter einer mauer hast du den oh leute ja der hat nicht mehr ok ja den habe ich oh die kann man ruhig alle mitnehmen sind immer in wertvolle punkte mal kicken ob in der bude hier noch ein paar leute sind aber ich glaube nicht das sieht jetzt sauber aus ich glaube jetzt ist sauber trotzdem lieber noch mal kontrollieren ja ja schießt du da gerade äh ja ach so ok alles gut ich habe mich schon gewundert warum da zwei jemals schießen aber nicht schreit ach so nein schwarz komm herr mal lieber anna brava anna ganz höchstlich ich die eigentlich nicht aus naja ich schalte so persönlich ist lang bei mir sagt der punkte anna naja ja ja mein krummer ist ein bisschen schneller als das was ich hier gerade benutze naja das kann mich ja anfangen hier zum matratzenhaus haha ich habe erst die matratze schon im auto wa ha 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 jetzt bist du plötzlich hinter mir weil das gelackt hat ja ehrlich das hast du gemerkt ja natürlich das habe ich ja gesehen du bist ja auch auf dem radar gerade hinter mir ja ja ich bin jetzt auch hinter mir also jetzt bist du voll weit vorne ja das gelackt aber bleibe ich dann bei dir stehen brem sich ab oder was passiert dann ähm also ich denke mal das wird auf dem video was ich aufzeichne mit drauf sein dann siehst du dir selber was passiert du bist praktisch vor mir und wenn das gelackt dann wirst du praktisch vor mir weg gespawnt und tauchst hinter mir wieder auf das sieht aus wie als wenn einer glitschen würde oder so ja aber ist es ja nicht das sind definitiv Internetlacks klar ja naja bei meiner leitung kann mir das eigentlich nur passieren wenn da irgendwelche kabel deutschland defekte auftreten ansonsten die ist einfach zu schnell dafür dass das gelackt an sich aber wenn die da irgendwelche wartungsarbeiten durchführen oder komplett mann technischen ausfall haben oder alles nur auf halbe power läuft weil zumindest partiell was kaputt ist da wolltest du noch durch jetzt bist du genau siehst du das wirst du sehen du hast so gelackt dass du plötzlich du warst vor mir für eine Millisekunde ja oh du hast aber Glück gehabt dass ich nicht drauf gehangen bin ja dann warst du plötzlich hinter mir und hast mich schon gerammt alles klappt ja ja muss ich mir mal ansehen ist wirklich so ja das ist denn die die Anna-Mission im Bordell aufräumen hieß die heißt sie ich zerschrotte grad was in der Gautau aber die ist cool oder die Mission also ja Laune macht sie schon genau thank you sweetie sagt sie ja danke süßer immer wieder gern 15.000 plus die AP ne ja 4252 ja checker naja paar treffer mehr das sind erfahrungswerte definitiv ja ja du bist zu schnell viel zu schnell mit dem schießen ja naja gut ich meine aber du machst gute Arbeit ja denke ich schon ja sicher bloß die schießen ja auch die ganze zeit auf uns ne das wäre ja blöd die machen zu lassen so ja blöd wenn du dich nicht wärst ja hab ein ganzes Arsenal Waffen und mach nix gegen die na gut das war im Bordell aufräumen Härtetest testen ja ja